Springen tut es irgendwie nix. Außer nur für Face-Aufnahmen. Daniel! Blah! Was checken! Aaaaaaah! Oh, schlimmer! Der Kaugummi-Stadtist. Gnang, nang, nang! Hier sieht schön gern ruhig, gell? Ja, 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 ja! Dann habe ich noch in den letzten Vorbereitungen den Mikrofon-Prägel wieder hochschneiden. Wenn es mich nicht geht... Ich lasse mir dann von... von Zitz noch abgeben für den Channel. Ja, das ist gut. Bist du schon drin? Ja, ich lasse es... Ich lasse mir vom Zitz noch abgeben. Sie sehen mich tanzen! Ob der Mark! Ob der Mark! Oh! Sie sehen mich tanzen habe ich auch. Was zur Hölle ist das für eine Vion? Erst zu testen. Ja, aber du musst rückschicken. Er refresh das ganz langsam. Es dauert und dann kommt jetzt... ...so ein paar Reden. Ja! Das Internet ist... ...überlastet! Hier liegen die... Das mega Gewinnspiel-Setup. Bingo! Bingo! Bingo, Ingo! Die Mieter... Die sind hier... Das sind die Leute, was hier eigentlich so abgeht. Dass es gar nicht so groß ist! Sieht mal aus, was es ist! Ich kann meine Hand quasi schon mal in die Wand stellen! Nein! Rückspektrum... Oh nein... Das ist nicht mit der Webcam... Wie sehe ich eigentlich das Mikrofon nicht? Denn... ...its Grünspital No no, not you Go away Thank you Ich hab das schon wieder los Ich will nie wieder Mario... Ne, Wario wäre spielen Nach diesem Abend Hilfe Aber die ist eh noch für Face Vorne leucht Guck, schon 0,1 Grad heißer geworden Wollen wir Feuer hübschen Feuerzeug reingehaut Jetzt haben wir gar nicht überlegt wie wir das mit diesen Gewinnspiel leuchten Das hast du mitgeschnitten Ja Weil ich da ran muss Wo ist denn die Kamera, wo zeigten die hin Bärn, da hast du Gott, du kommst noch wieder Egal Egal Noch besser Willst du nicht? Einmal kurz reinhalten Ne, das ist ja der Radioalarm Am geilsten war, das ist ein Zigarettenanz Ja Ist auch voll voll erlaubt Natürlich Du hörst das CE Zeichen Ja Mit CE Zeichen Hat der eine andere Ausscheid? Ne, leider nicht Am besten einfach jeder Auszug Ich denke am besten Schmert oder das? Schmert Bernd, 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 Bernd Das brauchen wir gleich Ja Zeitplan Ja Du kannst ja nur Retro spielen Spielen Wollt ihr dann spielen Ist was Antonin, sag mir nicht Du bist gleichzeitig Im ICQ Und Ist mein Handy was auch nicht Nicht, dass es Date, 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 Date macht Ne, das geht eigentlich Früher war das unvorstellbar Meins weggeräumt Ja Der Marco hat immer Wollte bei dem Bei dem Vater von Daniel Muss man da hin Muss man da hin 2001 2002 Ich hab da ein Das ist die ganze Zeit besitzt Das ist die ganze Zeit Wie kann man wenigstens Ist die online oder was? Ja Das war bereits Zeug Zeug Preise 8900 Ah Ah Das sieht's doch nicht Achttausend Mal Psychonauts Könnte aber auch noch mal auf Toilette gehen Was weiß ich Ist der Appler jetzt gleich leer? Ist der Appler jetzt gleich leer? Warum bringt der immer nur so wenig mit? Du hast zwei Kissen bei dich nicht Ja, hättest du was gesagt Ich hab dir mitgebracht Ja, toll Noch sauber Ja, der wird dann wie Essig Dann mach ich da mit draußen einfach die Füße ab Dann mach ich da mit draußen einfach die Füße ab Dann mach ich da mit draußen einfach die Füße ab Quasi Quasi Ich musste mal Entnutzen So Warten Boah Oh die Oli Erwuchs Danach kommt der Daniel Mein Name ist John G.G. Tucker Du Ruhern Wie fern wir die noch? Scholt Biff Tennen Schön Ohohoh, wie Assi Ohohoh Das Sternzeichen der Fischen Schwabe Daniel Der Zeichner Der Zeichner Der Zeichner Der Zeichner Ausbessern Nooooooo Das ist gut So Hat jemand einen Kraschenöffner Oder muss ich einen holen? Schau auf den Schlüssel und Das ist ein Problem Dieser Opener schreiben sogar die Leute draußen Schlecht? Kennen die uns doch? Geradeaus, da ist links der Schalter Schamme, wie alt ist das? Ist das so? Ja Hast du auch nicht gesehen, oder? War schon lustig Wenn ich fertig studiert hab, muss ich mal wieder öfters einfach zum Dark Crack gekommen Wenn ich fertig studiert hab, muss ich mal wieder öfters einfach zum Dark Crack gekommen Du hast das mal so ein bisschen bei, ne? Achso, ich dachte du kriegst jetzt Pullen Holen Pullen, man! In der Niedeltasche Ja, drei Gleichzeitig Ja, mach's kurz Gleichzeitig so Ja, hier 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 Sau geil Das Ding kann man eigentlich abmachen Das ist eigentlich nur der Gespür-Video Was ist ein Display? Was ist ein Display? Ja, wie riesig Hammer Sau cool Ist halt schade, dass es gestretched ist auf dem Display Ja, aber Es geht ja eh nur drauf Ja, ja, kann ja Probe auf jeden Fall Genau, aber nur wenn du in den Action filmst Genau Hast du was? Nisch, man Hey Nisch, ich Erstmal Was geht denn jetzt ab? Hab ich aber Glück gehabt, oder? Ja, klar Ah Screen explodiert Alter Du kannst auch, wenn es voll ist Kannst du auch deinen Charakter Genau Ja 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 Hast du denn ein bisschen Temperatur? Ja, ein bisschen Hat der aufgefüllt? Ja In die Box rein, in die Tüte? Nö Aber wenn wir jetzt dann warmes reinlegen Meinst du schlecht? Ja Das ist okay Jo Trink voll ab Hauptsache nicht warm Ist schön Das ist das Radler Ich hab eins, danke Danke Achso, ja, danke nochmal für den Tipp Cracky, ne? Ja, ja Weil Schon bin ich Weil, dass er das gefunden hat, zwei Kleinerzeigen Hat er das da gefunden? Das ist geil, ey Das ist geil, ey Monolup-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Ich hab' den Fühl hinstellen, das kann ich auch anheben Ich stell' dir mal ein Röbelstiel Röbelstiel? Röbelstiel kann ich nicht Das funktioniert nicht Ich hab' doch noch mal ein Röbelstiel Das geht bei ihm Bitte noch mal Bei ihm kann man das Oder war'n schwierig ganz gerade Krieg ich das Kotzen? Schau mal aus Ich weiß doch, dass ich gegen Sonja nicht vorrückerführe oder so Ich krieg's Kotzen dein Weiß Dann nehm' ich jetzt mal für den Klammer Dann bin ich eigentlich gar nicht Ich wollte kein Mal wieder mal ausgeliehen Ja Ja Wir sind schon Wir werden langsam gut angeheitert und sowas Was ist denn das für ein Abfuck hier Muss ich Daniel ausleuchten? Ja Maske Maske, Bude Es gibt gerade leider nichts zu gewinnen Also wir danken dir aber trotzdem für den Anruf Du kannst ja gleich probieren Du kannst ja gleich probieren Also es gibt im Moment kein Ding Spiel Aber bestimmt jetzt jede Minute vielleicht noch mal oder was Ja, Daniel, was sagst du? Jawohl Es geht gleich weiter Jawohl, rufst du gleich nochmal Mal gucken, wie wir hier verdammte Skype runterrücken Alles klar, bis später Das ist ja da Jetzt darf ich dir eines runterladen Warum muss ich mich denn hier groß ö ö ö öy und hier Das Handy klingelt Wer ist dran und wen suchen wir? Hallo? Ja, das müsste der John Craig sein Richtig! Wer ist denn dran? Wer ist denn dran, ja? Der auch wieder. Ich könnte jemanden anrufen. Ihr dürft jetzt wieder anrufen. Jetzt wo ich hier stehe. Welche zwei Spiele? Welchen zwei SNES-Spielen sind diese Passwörter? Ach, du hast so eine Passwort-Frage angenommen. Boah! Oh Gott! Halt mal hoch! Ja, da fällt er runter. Halt ihn doch einfach hier so. Da hältst du ihn fest. Mach doch dann. Halt doch gut los. Komm, du da, ich hier. Und du hältst auch den Kuchen fest. Und dann kippen wir den ein klein bisschen. Hey, da stehen unsere Namen drauf. Ist das aus Marzipan das R? Komm, das ist so Zucker-Mass. Das will ich haben. Kuchen! Awesome! Warum ist der nicht angeschnitten? Weil es den morgen früh gibt. Ich will aber nicht. Spricht da der Sekt aus dir? Ja. Geiler Kuchen? Jawohl. Jetzt am Morgen. Jawohl! Vermutlich. Da reichen vielleicht noch ein paar Fotos oder sowas nach. Dann morgen. Oder Madcom ist dann der Handcam. Sinds Kamerakind. Ja, das ist echt schick gemacht. Nicht schlecht. Ja, den Namen haben wir auch noch gestern dazu gezaubert. Oh, der Schnelle den Namen. Jetzt mal los, jetzt noch ein Stück Kuchen. Bis der da ist, wo stellen wir den jetzt hin? Ja, also wir haben jetzt noch zwei Retro-PCs in die Waagschale geworfen. Zwei? Holy shit! Mach mal auf. Aber das heißt doch, dass du wieder zwei neue holen musst. Oder ist das der Grund? Wir haben ja keine Mäuse im Haus, oder? Nicht, dass ich wüsste. Wir werden wir morgen sehen. Nee, ich stell dir deinen ersten Mal hier ins Kühle. Hallo! Gib mir der Frau da von Dark Earth ab. Ja, das Cover ist auch so. Echt? Ja, ja. WTF? PC-Action Gold, was sagt denn da der Joachim Hesser dazu? Gibt's ja gar nicht. Ja, Sachen gibt's, die gibt's nicht. Ja. Madcom filmst dich selbst. Ja. Ich film mich, wie ich... Wie es damit macht. Ich hab ja schließlich auch jetzt die coolen neue Cam. Wir haben jetzt mal nicht nur Euren PS Vita Einsatz. Was hat denn ein schönes gemacht, wenn wir weg machen? Wenn Videos geguckt. Und hier? Musst du holen. Dann haben wir mal Sekt. Trinkt ihr? Wie war denn das Minecraft? Trinkt ich auch! Trinkt ihr? Trinkt! 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 Das heißt wir müssen diese blöde Dinge bestücken. Madcouch, das ist so sinnlos wie... Jetzt da mal. Sag mal. Dieses Display, das ist ja so vorne. Wie groß das ist. Ja die haben echt... Da ist echt irgendwie alles noch kaputt. Ja. Das war auch noch bevor ich angefangen hab irgendwie... So hier, wir haben es jetzt eine Stimme später als... Wie auf diese Uhr ersichtlich. Boah! Und das zoomt so geil schnell. Das ist echt der Hammer. Ah! Danke! Du zoomt so geil schnell. Ja ich hab vorne am linken gesehen. Ja ich hab's ja vorne am linken gesehen. Ich hab's ja noch schnell getan. Ja aber du musst das mal bei meiner sehen. Ja. Wenn du voll reinzoomst mit Dampf. Dann passiert nichts. Hallo! Tor! Tor! Hier streamen wir. Da sitzen wir. Ach shit. Ja! Ja ist klar. Du Laune Leute! Das ist ein Baller Mann! 800 Gramm ne? Oder was das denn? Mhm. Ich hab' er stark geändert. Oh ja ist ganz alleine das. Oh! Ah! Ja ist richtig. Der Matt Paul, der meint das Hallo! Grüß' das Siegerbokal! Das ist der Siegerbokal! Die Jau ist vorbei. Es ist kalt. Nächsten Morgen ist da. Die Party-Reste. Und? Der geile Sieg! Das ist mir schon vorbei. Tschüss! Luis! Alles zu rum wird. Geht der Ding noch? Jetzt aus. Ein Millionen Mal. Ein Millionen Mal. Das erste Mal. Ist da halt eine Weiblinge drauf? Mhm. Why? Why? Der Matt Paul, jetzt gerade hinter sich gucken. Ach so! Hinter sich gucken. Hallo, Dudes! Das ist voll schade. Ich hab' dem Handy das doch nicht gekommen. Ja. Und wenn man manchmal so auf der Arbeit hockt und dann haben die alles gelegen und dann davor abgehen sie mit ihren Android-Handys und dann denkst du ja so... Das ist gut. ow ja. Wie schön! wie schön! Dessert Dessert